Kommt als letztes heran und damit sind wir startklar für den großen Allianzpreis von Bayern. 2.400 Meter. Und der Start ist in diesem Moment erfolgt. Das Fels ist gut auf die Beine gekommen, alles gut vom Start weggekommen. Ja und Tönnies macht hier das Rennen sich selber, übernimmt sofort das Kommando und führt jetzt mit raumgreifender Galopade das Feld an und wird es jetzt zum ersten Mal hier vor die Tribünen bringen. Dahinter Lavello in zweiter Position, drittes Pferd ist Alba Flora, dahinter Galopiert Well Disposed und am Ende des dichtgeschlossenen Feldes zunächst einmal Siskani. Tönnies mit dem Kommando mit knapp zwei Längen vor Lavello, dahinter dann Alba Flora vor Well Disposed und Siskani. Alles aber dicht beieinander, jeder beobachtet den anderen, jeder hat den anderen genau im Blick. So geht es in den ersten Bogen, in den Riemerbogen hinein. Tönnies mit dem Kommando, unverändertes Bild. Lavello zweites Pferd, Alba Flora dahinter in dritter Position, dann Well Disposed und Siskani am Schluss des nach wie vor dichtgeschlossenen Verfolgerfeldes, muss man jetzt schon sagen, denn vorne Tönnies hat jetzt drei Längen Vorsprung auf die Verfolger. Siskani ist in drittes Pferd, Alba Flora außen und Lavello am Ende des Feldes. So geht es jetzt gleich dann in die Zielgerade hinein, wo noch 550 Meter auf dem Programm stehen. Tönnies weiterhin vorne. Brinders fällt jetzt in den Einlauf hinein, jetzt wird es ernst. Tönnies vorne, Well Disposed ist die erste Angreiferin, in guter Haltung kommt sie heran. Aber auch Tönnies hat noch hier viel, viel Reserven, da sieht man Tönnies weiterhin vorne. Well Disposed die Angreiferin, dann Siskani. Aber Well Disposed ist die große Gefahr für Tönnies im Moment. Tönnies ist vorne vor Well Disposed. Die kommt näher, aber Tönnies vorne. Tönnies wird immer länger an der Spitze. Tönnies vor Well Disposed, Siskani, Alba Flora und Lavello ohne Chancen am Schluss des Verhältnisses. Tönnies ist völlig überlegene Ware. Tönnies geht nach Hause. Auf den letzten 100 Meter, das gibt es ja nicht. Kein Gegner in Sicht, da kann sich Bosan umdrehen, da kommt nichts mehr. Tönnies überlegender Sieger. Well Disposed läuft ein super Rennen des Zweites. Siskani dritter, dahinter Abstand zu Alba Flora. Und letzter ist Lavello.